Hallo, hier ist Ralf von Osmo. Heute zeigen wir euch, wie ihr mit der Garten- und Fassadenfarbe an nur einem Tag eine deckende Oberfläche im Außenbereich herstellen könnt. Viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein Tipp vom Profi für Profis. Die Osmo Garten- und Fassadenfarbe kann man auch spritzen. Die Garten- und Fassadenfarbe von Osmo. Ein Meilenstein an Effizienz. Lösemittelarm, schnell trocknen und langlebig. Hat euch das Video gefallen? Gebt uns bitte ein Like und schreibt uns in die Kommentare.